Setz dich mit deinem Gesäß auf deine Fersen, öffne deine Knie ganz leicht und dann beug dich nach vorne, streck die Arme weit nach vorne aus, deine Stirn kannst du auf der Matte ablegen. Lasse den Atem ganz ruhig fließen und versuch bei jeder Ausatmung dich noch tiefer in die Übung hinein sinken zu lassen. Halte die Übung ein bis zehn Minuten lang. Je länger du die Übung hältst, desto mehr wird sich dein Nervensystem entspannen. Am Ende der Übung führe die Arme wieder zurück. Richte dich ganz langsam auf und beachte deinen Kreislauf.